Was ist passiert? Ist es eine Power-Failure? Ich glaube nicht. Jemand hätte die Power-Failure getötet. Verdammt. Was machen wir? Wir können nicht warten, dass der Aufzug wieder funktioniert. Mein Land ist ein Moment von Bürgerkrieg entfernt. Ja gut, dann müssen wir wohl hier aufs Knöppeli drücken, oder? Hier ist irgendwas draufgeschrieben, aber es ist zu dunkel, um überhaupt erkennen zu können, was es ist. Ja gut, dann machen wir mal das piepende Feuerzeug wieder an. Ich glaube nicht, dass ich eine rauchen sollte. Ja, aber mach's doch an, damit man was sieht hier drin. Äh, Frau! So, na super. Okay, dann muss sie wahrscheinlich auf das Knöpfchen gucken. So, lass mal schauen. Äh, ich brauche etwas Licht, ums lesen zu können. Ja gut. Das piepende Feuerzeug? Warum auch immer es piept? Ich weiß es nicht. Hier ist etwas geschrieben. Aber es sieht spanisch aus. Ja super. Dann lass mich mal gucken. Äh, ich kann's nicht erkennen, weil's zu dunkel ist. Frau! Gib mir das Feuerzeug! Äh, das ist die einzige Option, ähm, wir müssen für Hilfe warten. Aber wir haben nicht die Art der Zeit, und wir haben keine Zeit dafür. Jetzt komm mal her, mit deinem piependen Feuerzeug. So. Äh, hilft das? Kann ich's jetzt lesen? Es ist zu dunkel zum Sehen. Super. Super. Ach Julia. Äh. Gibst du mir mal bitte das Feuerzeug? So. Jetzt vielleicht? Ah! Siehst du dunkel? Gib mir das Feuerzeug, Frau! Mann, ey, das gibt's doch nicht. Da oben ist ein Luftschacht, wie's aussieht, oder? So. Sie sagt wieder, es ist spanisch. Kann ich das Ding wieder ausmachen? Äh. Super. Was mach ich denn jetzt? Hm. Kann's nicht erkennen, weil es ist auf Spanisch. Ich kann aber auch das Feuerzeug nicht einfach weitergeben. Das wär das Einfachste, ne? Äh, es ist zu dunkel zum Sehen. Ja, ich weiß. Gib mir das Feuerzeug. Pachamama, könntest du das für mich lesen? Da hast du irgendwelche Anleitungen draufgeschrieben. Jo. Dann halt so rum. Es sind die Instruktionen, wie man sich im Notfall evakuiert. Äh, es steht, dass da eine Flucht, äh, ja, so eine Fluchtluke halt eben ist, ne? Ähm, die eben in der Decke eingebaut ist. Jo. Boah. Ich seh sie ja schon. Da ist sie. Ist nur die Frage. Wir müssen Räuberleiter machen, um hochzukommen, ne? Da ist der Notausstieg. Verdammt, wir kommen nicht hin. Doch, kommen wir. Wenn wir Kato sind, kommen wir hin. Wenn wir Kato sind, kommen wir dran. Hallo? Weil Kato kann ja überall hochklettern. So, lass mal sehen. Er klettert jetzt in der Ecke hoch, oder wie? Mein Güter, du bist echt Spider-Man. So, jetzt hat zum Glück dieses maledeitige Piepsel vom Feuerzeug aufgehört. Aber Kato ist halt echt Spider-Man, ne? Der kann überall hochklettern. So, kann ich das Ding hier benutzen? Verdammt, das funktioniert nicht. Ja, gut. Dann muss ich da irgendwie wieder Strom reinbringen. Ach hier, vielleicht an dem... Äh, nö. Doch hier. Warte mal. Ach, das ist ein Feuerschlauch. Hm. Natürlich. Feuerschlauch. Wasserschlauch. Wenn es brennt, kann man das Ding benutzen. So, jetzt ist die Frage, wie benutze ich das da drin? Äh, wo mache ich das fest? Irgendwo kann ich es runterlassen. In diesen Aufzugsschacht. Das sollte sie erreichen. Schnappt euch den Schlauch. Ja, das hat uns schon zu viel Zeit gekostet, hier hochzukommen. Äh, Steve sollte bereits hier oben sein. Lass uns beeilen. Was hat er noch gesagt? So, hier ist eine Tür. Auf mit der Tür. Wir dürfen nochmal speichern. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch alles kommt. Also, viel kann glaube ich nicht mehr kommen. Ich weiß es aber nicht. Wir speichern trotz alledem nochmal. Und unser nächstes Kapitel heißt Escape Route. Also Fluchtroute. Gut, schau wir mal. Mmh. Ach nö... López! Ich dachte, du war es tot! Geh auf meine Brände! Hier ist etwas, ich brauche. Von Hachamama! Warum leidst du so viel gegen die Kriegs in den Mountains? Es ist meine Schuld! Schuld? Erinnerst du, die Terroristen gegen Konferenz war drei Jahre lang? Ja. Die Terroristen gegen Konferenz zu bombardieren haben viele Zivilen. Ja. Und diese Bombe? Die Bombe! 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 Ja, an diesem Tag hat er geschworen, dass er ihren Tod rächen wird. Könnt ihr jetzt verstehen, warum ich das alles mache? Wo sind die Basis der Sekretien? Warte, López! Ich weiß wirklich nichts. Wir haben wirklich Kontakt mit ihnen, aber ich weiß nicht die gut. Ich weiß nicht, dass die Terroristen zu tun ist. Auch nichts mit dieser geheimen Basis. Sie weiß davon nichts. Versteht. Dann habt ihr für mich keinen Nutzen mehr. Ihr lasst mir keine Chance. Ihr alle müsst sterben. Zum Glück sind das langsam fliegende Kugeln. Oh Mann, oh. Ja. Endboss, oder was? Seid ihr zwei in Ordnung? Ja, wir sind okay. Was ist das denn? Wir müssen jetzt irgendwie an ihm vorbeikommen. Kann das sein? Ja, der Helikopter ist direkt da vorne. Wir müssen irgendwie auf das nächste Gebäude rüber. Können wir irgendwas tun? Um die Lichter? Also irgendwas mit den Lichtern tun? Die nageln uns hier fest. Wir müssen López ausschalten. Er kann überall hinsehen. Gleichzeitig. Lass uns beeilen. Kann überall gleichzeitig hinsehen? Aber wie soll er das machen? Schlecht, glaube ich. Bin ich da durch? Ah! Okay, ich komme da nicht rüber. Julia. Ist überall und nirgendwo. Gleichzeitig. Oh oh. Ach, verdammt. Ich habe keine Items. Außer das, was ich immer habe. Ja, ich kann leider auch nicht hier um die Ecke gucken, um zu sehen, was passiert. Hinter mir? Äh, ah. Super. Verdammt nochmal. Äh, ähm. Pfff. Ja, gut. Dann weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wie ich den da besiegen soll. Äh. Lass mich nochmal was probieren. Vielleicht kann ich wegrennen. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass ich weiterlaufen kann. Äh. Äh. Okay. Ich kann offensichtlich nicht weiterlaufen. Ähm. Jetzt schnell da rüber. Hinter mir? Ah, cool. Ich habe ihn abgelenkt. Ah, jetzt komme ich an den Stromkasten. Wahrscheinlich. Mal gucken. So. Es ist eine Schalttafel. Das muss für die Dachlichter sein. Ja, dann mach aus. Mach doch aus, Junge. Komme ich nicht da ran, oder was? Hä? Äh. Kriege ich das jetzt nicht aus? Weil... Keine Ahnung. Hä? Ihr könnt mir nicht entkommen. Ja, ich habe irgendwie wieder diesen Soundbug scheinbar. Muss ich jetzt hier rüber, oder wie? Hm? Ah. Ah. Ja, super. Wie soll man das jetzt bitte machen? Hinter mir? Ah. Irgendwie muss ich den doch ablenken, oder? Ich habe... Ja, da muss ich hochklettern. Okay. Ich habe es gerade gesehen. Hier ist eine Wand, wo ich hochklettern kann. Äh. Ja, wieso ist er jetzt nicht abgelenkt worden? Ich bin doch gerade mit Pachamama da rüber gelatscht, oder? Ah. Schnell rüber. So. Oh. Wieso ich denn da hochkommen dann bitte? Hä? Hinter mir. Super. Boah. Äh. Toll. Ah. So, jetzt hat sie leben gelassen. Ich kriege das Ding halt nicht aus. Ich verstehe es nur nicht. Warum? Ja, es muss für die Dachlichter sein. Aber... Toll. Bringt mir nur nichts. Ich weiß, dass es nur das Dachlicht ist. Kannst du das nicht ausschalten? Hä? Okay. Ja, ich kann es irgendwie nicht ausmachen. Verstehe ich leider noch nicht warum. Hier ist leider auch kein weiterer Schalter oder sowas in der Richtung. Die kommen aber auch irgendwie nicht... Die kommen nicht um die Ecke. Das nervt gerade ein bisschen. Kato, jetzt geh doch mal um die Ecke. Oh Mann, oh. Lauf! Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin wieder da. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ganz ehrlich. Ist ein bisschen blöd. So, äh... Pachamama, bleib zurück. Dann sei bitte... Sei bitte vorsichtig. Ja. Autsch. Na gut, dann laden wir einfach nochmal und probieren das Ganze nochmal. Sollte ja nicht der Akt sein, da irgendwie durchzukommen. So, laden. So, wir skippen das einmal. Und begeben uns direkt in den Kampf. So, okay, das haben wir alles schon. Wir müssen irgendwie nach vorne kommen. So. Ich weiß noch nicht, was das rechts ist. Sieht eigentlich aus wie eine riesige Kanone oder sowas. So, okay. Wir bringen Kato wieder hier drüben in Stellung. Ähm, so. Ich nehme jetzt mal die Pachamama und stelle die mal hier drüben hin. Beziehungsweise ziehe sie wieder gleich zurück. Äh... Dann würde ich mit Julia, glaube ich, da... Einmal rüber. Beziehungsweise erstmal mit Kato hier rüber. Ich probiere das mal. Vielleicht kann Julia hier irgendwas machen. An diesem Ding. Ich weiß es halt nicht. So, Pachamama steht da hinten. Man sieht sie. So. Behind me. Oh. Lauf, lauf, lauf. Verdammt, ich wollte... Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht so weit reinlaufen. So, Julia. Julia kann jetzt hier rüber. Oh, verdammt. Super. Das war nicht so gut. Äh, wahrscheinlich muss ich Kato jetzt mal kurz hier reinlaufen lassen. Äh... So, okay. Jetzt könnte ich wahrscheinlich Julia rüberbringen. Ich muss den immer quasi so machen, dass er sich einmal rumdrehen muss. So. Okay, das haben wir. Zack. So, dann muss ich wahrscheinlich wieder Pachamama, weil sie hier steht. Huch. So, Julia da rüber. Hinter mir. Daneben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle hier rüberbringen muss. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal gerade, ob ich sie hier irgendwie was machen kann. Äh, es ist ein Schaltkreis für die Lampen. Ähm, die Schaltkreise sind frei. Also man kann da was dran machen. Vielleicht mit dem Messer? Lass mal schauen. Ah. So geht das also. Aha. Einmal Kabel durchschneiden. Zack, Licht aus. Was zur Hölle? Die haben die Lichter ausgeschalten. Ja, wir sind für eine kleine, für eine kurze Weile sicher. Okay. Spielt ihr auf Zeit? Ah, das wird euch nicht helfen. Äh, ich weiß, dass ihr zu dem Helikopter kommen wollt, der auf der anderen Seite des Gebäudes ist. Oder auf dem anderen Gebäude ist. Der einzige Weg, wie ihr da rüberkommt, äh, ist durch mich. Und ja, gebt auf. Und ihr habt keine Chance. Oh, würde ich nicht sagen unbedingt. Was ist das hier eigentlich? Warte mal, ich kann mit Kato da hochklettern. Auf jeden Fall. Was ist das hier, was hier runter rieselt? Die Wasser, äh, die Wasserrohre sind etwas kaputt und alle, äh, hier läuft es überall aus, überall das Wasser. Aber ich kann hier hochklettern an den, äh, ähm, an diesen Spalten und kann hinter Lopez kommen. Also in seinem, äh, blinden Fleck sozusagen. Okay, dann probieren wir das mal. Aber warum diese Wasserrohre? Hm. So, jetzt bin ich hinter ihm. Theoretisch. Aber was bringt uns das? Ich komme hier nicht runter. Oder? Nein, ich will nicht wieder da runter. Ah, verdammt nochmal. Da rennt er da rüber und klettert da runter, der Blödmann. Das ist doch Quatsch. Okay. Nochmal hoch. Los. Vorwärts. So. Dann muss ich echt mal schauen, wenn ich jetzt hinter ihm bin, was bringt mir das? Ich kann ihn jetzt quasi von hier oben sehen. So, Pachamama. Kannst du hier rüberlaufen irgendwie? Was bringt uns das vor allen Dingen? So. Hier kann man irgendwas machen. Das, äh, das Netz scheint sehr sinnvoll zu sein. Aber ich habe keine, ich habe nicht die Stärke, es auseinanderzureißen. Ah. Julia. Julia. Julia, komm mal mit. Wir brauchen dein wunderbares Messer. Damit du mal dieses Netz auseinanderschneiden kannst. Dann können wir es ihm auf den Pelz schmeißen und dann ist Ruhe. So, dann schalten wir diesen blöden Typ mit einem Netz aus. Dieser Olle, Bastard. Also an seiner Stelle würde ich einfach mal wild ins Dunkel schießen, oder? Ganz ehrlich. So. Lass mal schauen. Ja, ich habe hier keinen Nutzen dafür. Ich muss es auch wieder einklicken. Entschuldigung. Lass mal schauen. Dieses Netz könnte sehr nützlich sein. Aber ich habe auch nicht die Stärke, um es auseinanderzureißen. Ja, deswegen sollte ich ein Messer nehmen. Hä? Nimm doch das Messer, Frau! Ja, ist klar. Ach komm. Meine Güte, muss ich jetzt mit Kato hierher, oder was? Na gut. Der kriegt das auseinandergerissen. Klar. Aber sie könnte doch ihr Messer neben uns auseinander schneiden. Nein! Das ist zu viel verlangt. Oh Mann! Ey, auf den letzten Metern jetzt hier nochmal so ein Blödsinn. Ja, von mir aus. Okay. Ich renne jetzt mit Kato darüber. Der ruppt das auseinander wie ein echter Kerl. Und dann schauen wir weiter. Das ist ein bisschen albern. Aber okay, von mir aus. Dann soll es so sein. Na. So, lass mal Kato ran. Ähm, mit diesem Netz sollte ich in der Lage sein, Lopez für eine Weile zu entwaffnen. Ja, er hat das Messer genommen. Äh, das Netz genommen. Oh Gott, ist das doof. Okay, von mir aus. Von mir aus. Dann schmeißen wir ihn jetzt halt eben das Netz, was nur Kato einsammeln kann, auf den Kopf. Ja. Okay. Sorry, wenn ich mich da ein bisschen drüber aufrege, aber es ist ein bisschen albern. Das ist ein kleines bisschen albern. Da lang. So. Doch, da hinten ist was, du möchtest klettern. Du musst nur da hingehen. So. Okay, dann klettern wir jetzt mal da hoch. So. Zack, zack, zack. Und dann sind wir gleich wieder oben. Und dann kann ich ihm endlich das Netz auf den Pelz schmeißen. So. Benutzen. Hm. Ich glaube, das war nicht die beste Idee. Dafür ist eine Waffe weg. Au. Gott, er ist stärker als ich. Schlecht. Ich kann nicht schreien. Es ist zu dark. Ach. Steve. Was ist los? Warum ist es so dunkel? Steve. Steve, bist du das? Julia? Wo zum Teufel bist du? Wir sind auf der anderen Seite des Gebäudes. Steve, mach die Lichter an. Wie? Mach die Lichter an, jetzt! Okay. Mach jetzt die Lichter schnell an, Steve. Steve. Steve! Steve! Wo? Da hinten. Da, 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 da ist der Sicherungskasten. Komm schon. Erstmal machen wir das Ding aus und jetzt machen wir es wieder an, oder wie? So, hier. Eine Schalttafel. Ich kann es benutzen, um die Stromversorgung im Turm wieder zurück zu holen, anzumachen. Nee, dann mach doch! So. Einmal dran rumschrauben und dann haben wir den Strom wieder da. Und dann sollte das auch kein Problem sein, diesen ollen Bastard wegzuräumen. Steve, beeil dich! Das muss es sein! Strom! Jetzt! Okay. Ein Pfund gesiebtes. Ich muss mich raten, der ist immer noch nicht tot. Drecks. Kato! Geht's dir gut? Ja. Wir müssen uns beeilen. Oder bewegen. Jetzt! Schnell! Der ist immer noch nicht tot. Das gibt es doch nicht. Äh. Er hat eine kugelsichere Weste oder irgendwas an, ne? Nein, das wird's nicht sein. Das ist es, wie es endet. Adios. Er hat einen Sprengsatz. Selbstzerstörung eingeleitet. Drei Minuten bis zur Explosion. Bitte Gebäude evakuieren. Was? Was geht los? Was geht ab? Die Bombe geht in drei Minuten hoch. Was? Ja, geil. Oh Mann. Äh. Ja. Wir müssen uns beeilen. Wir haben drei Minuten. So. Okay. Hier kann ich hochklettern. Sehr gut. Dann klettere ich doch mal hoch. So. Gucken wir mal. Ups. Das sieht gut aus. Hier kann ich bestimmt irgendwas machen, ne? Oder? Ja. Sieht gut aus. Das können wir hier machen. Muss mal schauen. So. Einmal den Kran aktivieren. Was bringt mir das, wenn ich den Kran aktiviere? Mal gucken. Was? Ja. Okay, die Damen sind nun runter. Ich glaube, ich muss einfach auch wieder runter und bestimmt nur rüber über den Balken. Gucken wir mal. Wir haben noch zweieinhalb Minuten. Dafür über den Balken laufen. Ein bisschen viel, hä? Okay, probieren wir mal. Oh nein! Ah! Okay. Das Feuer hat schon die obersten Flure erreicht, beziehungsweise das Dach erreicht. Es ist keine Zeit mehr, hier drüber zu laufen. Ja, es ist keine Zeit, da drüber zu laufen. Okay. Den können wir nicht drüber. So, ähm... Hier vielleicht irgendwie? Guck mal, hier läuft auf jeden Fall mehr Wasser jetzt raus. Kann ich hier was machen? Ah, guck mal, hier kann ich was machen. Was kann ich da machen? Ein Wasserrohr ist aufgebrochen. Da kommt Wasser überall raus. Das ist es. Ich werde mich selbst mit Wasser bedecken. Hm? Okay. Ja, und nun? Dann mach. Hast du? Reicht das? Okay, probieren wir mal. So, äh... Er ist jetzt auf jeden Fall nass. Und jetzt kannst du da drüber laufen. Äh, okay. Na gut. Freu mich aus. Gut, wir haben es geschafft. Lassen wir jetzt nur noch schnell weg. Oh! Nö, die Leiter hoch. Na los, geh doch hoch! Und bleibt jetzt unten stehen. Oh, der Typ ist immer noch am Leben, oder was? Bewegung, Bewegung, Bewegung! So, jetzt können wir auf den Innen, auf den Unabhängigkeits-Madison Square, äh, ne, nicht Madison Square, auf diesen Platz da halt eben. So schnell wie die Untertitel jetzt weg waren. Oh, unter uns explodiert alles. Oh mein Gott! Pfff, das war knapp. Du lahme Arsch. Du lahme Arsch, Kato. Slowpoke. Beleidigt er ihn am Ende jetzt nochmal. Warum auch nicht, ne? Kann man ja nochmal machen. Ich fliege direkt zu dem Memorial-Platz. Also Memorial Square. Oh, der sieht cool aus. So detailliert. Schaut, der Konflikt ist schon gestartet. Beziehungsweise noch nicht gestartet. Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Schaut, es ist Pachamama. Oder ist das Pachamama? Es ist sie, es ist Pachamama. Schaut alle, sie ist alle am Leben. Es tut mir leid, dass ich euch warten gelassen habe. Und, aber ich bin in Sicherheit. Es ist wahr. Es ist wirklich Pachamama. Mega gut. Ach, im Hintergrund steht die 2D-Menge hinter dem Zaun. Da stehen Leute, das sind so 2D-Sprites. Mega gut gemacht, ey. Richtig geil. Gefällt mir. Okay, die laufen über oder was? Die schmeißen hin? Geil. Die Statue der Freiheit. Der Morgen bricht an. Aber wir sind nur gerade am Anfang eines neuen Marusas. Ach, jetzt haben sie sie noch so winken lassen. So sieht es echt noch so aus wie die Freie Statue. Okay, also Pachamama wurde als Präsidentin gewählt, gab eine Wahl und das ist die Story von Kato gewesen. Und wir sind am Ende. Och, ich habe Gänsehaut. Ich finde es schade, dass wir am Ende sind. Das Spiel war so geil gewesen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, an 2 Tagen durchgespielt. Oh, großartig. Das war richtig, richtig gut. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. So, und jetzt laufen hier noch die Credits. Und ich meine... Englische Lokalisierungs-Credits. Da kommt noch was. Direktor Hiltop. Vielen, vielen Dank, Hiltop. Auf jeden Fall fürs Übersetzen. Spanisch Support. Mr. Nobody. FMV-Programmer. Michael M35 Sabin. Aha. Patrons. Hm. Könnte ich dabei stehen. Vielleicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle Patrons, die da mitgemacht haben und die Hiltop unterstützen. Das ist schon echt große Klasse, was der Mann hier leistet. Also echt ganz, ganz großes Kino. Also ich finde es echt super, dass er die Sachen übersetzt. Spiele, die nie auf Englisch übersetzt wurden, übersetzt er. Und das ist schon echt ganz, ganz großes Kino. Finde ich echt super. Ja. Und das bringt uns dann dazu, dass wir endlich solche Spiele auch spielen können. Wie gesagt, ich verstehe es halt leider immer noch nicht, warum das Spiel niemals im Westen erschienen ist. Es ist halt echt schade. Aber, ja. Es ist halt nun mal so, wie es ist, ne. Kann man nicht ändern. Oh, da stehe ich. Schön. Ich stehe in den Credits. Großartig. Ich hätte das echt, ich bin doof. Ich hätte das eigentlich mit meinem Kanal machen müssen. Aber gut. Naja. Egal. Auf jeden Fall stehe ich dabei und es sind leider nicht sehr viele Patrons. Schade. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein gebürtiger Abschluss für dieses Spiel. Es war echt super. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe es halt, wie gesagt, jetzt mehr oder weniger an einem Rutsch durchgezockt, weil ich halt echt Bock drauf hatte. Und es war ein großartiges Spiel. Es hatte eine tolle Story. Es hatte tolle Elemente dabei gehabt. Und die Rätsel waren nicht zu schwer. Ich meine klar, hin und wieder musste ich schon mal überlegen. Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal in die Komplettlösung geschaut, weil ich nicht weiter wusste. Aber das ist vollkommen okay bei einem Point-and-Click-Adventure. Das darf man ruhig mal machen, sage ich jetzt einfach mal so. So, hier kommt jetzt, glaube ich, kommt hier jetzt noch irgendwas oder ist das einfach nur der Startscreen nochmal? Ich glaube, es ist einfach nur nochmal der Startscreen. Und da, genau, kommt der Startscreen und wir sind durch mit Akon Kagua. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und fürs Mitmachen, fürs Mitfiebern, wie die Story hier ausgeht. Und was bleibt mir noch zu sagen, ich verabschiede mich einfach von diesem Let's Play und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei einem weiteren Spiel, was auch immer das sein mag. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.